...keine Statue von ihm aufstellen. Stimmt, werde ich nicht. Aber du wirst dich nicht mehr darüber beschweren können. Warte mal! Was wirst du mit dem dynamischen Dummerchen machen? Joker, ich muss eine Wahl gewinnen. Aber mit wem soll ich spielen, wenn er tot ist? Spiel mit Robin. Wenn Batman weg ist, könnte Robin sein Kostüm tragen und sagen, er sei Batman. Hm, das ist nicht dasselbe. Wow, das habe ich nicht erwartet. Wir holen uns jetzt den Wahlsieg. Na gut. Ähm, okay. Das schöne Raumschiff. Joker, weißt du wie teuer das war? Keine Ahnung, was das kostet. Nein. Hehehe, schön. Schicker Plan. Jetzt wissen wir, was sie vorhaben. Wir müssen sie aufhalten. Wirklich? Wirklich? Okay, jetzt geht es weiter. Und ja, Forschung und Entwicklung. Level abgeschlossen. Freie Spiel freigeschaltet. Uh, die haben wir in der Forschung und Entwicklung. Und wir haben viele Punkte. Pimmel. Und Superheld und noch ein neuer, mhm, goller Stein. Was? Wir haben einen gefunden. Okay. Was? Fertig. Entschuldige. die Papi die Bupupu die Überwältigung des Roboters jetzt bin ich mal gespannt oh ich dachte das jetzt im den Glitch entdeckt oder sowas gut die Geschichte wird fortgesetzt in der Stunde der Not wartet Gotham auf Batman angesichts arm auflaufender Superschurken ist es Zeit für unseren Superhelden die Stadt zu retten und doch ist der dunkle Ritter nirgends zu sehen Batman, wenn du uns hörst dies ist die ungünstigste Zeit für einen Urlaub Gotham City braucht dich das Grauen wartet an jeder Ecke und ganz ehrlich ihr müsst unten mal die Nachrichten lesen was unten im in der Laufschrift steht ich dachte ich hätte das erledigt naja jetzt weißt du wie es mir immer geht Jokers Roboter Piu und jetzt neiiiin fuck ich habe Bürger gerettet ich habe Bürger gerettet die Jastonion na komm her ich kann eh nicht sterben wie geil ist das denn ich kann da nicht sterben da ist Superman bin aber wahrscheinlich da hat er eh Kryptonit dabei ja und jetzt ah ok ich muss hier mhm ich muss hier wieder und drauf schießen ok na komm schon na komm schon na auch noch und du bekommst noch einen Lust von mir bam und jetzt wieder uff genau so was jetzt uff ok 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 nein schön ok ok check point boah ok 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 jetzt haben wir hier oh erstmal abkühlen und aufbauen die Ruhe weg haben auf diesem Roboter, ganz ehrlich jetzt kann man nämlich hier unseren Poweranzug nehmen aktiviert können hier ein paar Sprengungen vorführen na komm schon na, da superman, jetzt bist du gut an der Reihe und ein bisschen Blitz und Platze na komm schon na fuck so na na komm schon geht doch okay den ersten Griff kommen wir dran was ich genau da passiert war ich auch nicht genau nehmen halt den Roboter nach und nach auseinander ok 1 von 3 2 von 3 2 von 3 und kann ich nämlich hier nein komm schon du verpiss dich jetzt mal weil du klaust also wenn du stirbst gehen die ganzen Punkte weg so jetzt kann ich nämlich hier wieder den nächsten Griff an den nächsten Griff ziehen ja auch wieder auseinander genommen flieg weiter ich kümmere mich um das ist das ist das ist das ist Ich hab dich mein Freund, keine Sorge, wir schaffen das schon. Ja, aber die Nähe zum Kryptonit hat mich geschwächt. Ich glaube, ich kann noch nicht fliegen. Schätze, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Auf dem Boden der Tatsachen, Level abgeschlossen, freie Spiel freigeschaltet, sie haben ein Trophäe verdient, auf dem Boden der Tatsachen. 800.000 Punkte haben wir mittlerweile, zum irgendwas freischalten, was wir halt finden. Bitte, 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 ohhhh, Bürger in Gefahr. Yeah! Einen haben wir hiervon gefunden, aber ich finde nie alle, das 100% zu schaffen, das Spiel ist fucking schwer. Zwei, zwei haben wir. Schichte fortsetzen. Zwei, zwei haben wir. Okay, wo fliegen wir jetzt hin? Okay, was haben wir hier? Ein Taxi. Okay, das ist wohl kaputt. Noch ein Auto, da haben wir es doch. Kinder, alle einsteigen, es geht zum Joker. Ich glaube, in keiner Spielewelt darf man so sehr durch die Menschen fahren und wird belohnt als hier. Okay, aber den Magneto. Kann ich jetzt eigentlich endlich meine Charaktere wechseln? Nee, geht immer noch nicht. Wahrscheinlich ist das gar kein freies Spiel, wenn es noch nicht. Oh, okay, aber durchgefahren. Soll mir recht sein. Obwohl die Straßen von kriminellen Wimmeln und Arkhams gefährlichste Insassen unsere Sehenswürdigkeiten in Beschlag haben, geht das Leben für viele Bürger unerschüttert weiter. Im selben robusten Durchhaltewillen, der Gotham City ähnliche Krisen schon öfter überstehen ließ, lassen Pendler ihre Autos stehen und nehmen die U-Bahn. Ein zuverlässiger Schutz vor... Ja, ja, ich bin der Gangster-Rapper. Soeben erreicht uns die Nachricht von einer großen Explosion in der U-Bahn-Station Stadtmitte. Die Bürger werden gebeten, ihren Reiseweg dementsprechend zu ändern. Soeben Vielen Dank.